S S S S S Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sound-Vorstellung. Ja, Engine Voice Records, wir kennen ihn mittlerweile alle, hat einen neuen Sound rausgebracht, das ist für den DAF. Die 510 PS Motor Sound, Link und Information natürlich alles unten in der Beschreibung, da könnt ihr nochmal nachgucken, da werde ich auch den originalen YouTube-Link reinsetzen von Engine Voice Records, abonniert mal sein Kanal, da könnt ihr dementsprechend wieder auch noch andere Sounds für andere LKWs von MN und hast nicht gesehen, einfach mal reingucken, weil wenn gut der da so ein Block, da könnt ihr euch das angucken. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel viel Spaß beim Sound-Mod und dann schauen wir uns gleich, sehen wir uns dann zum Schluss, oder ihr hört mich dann wieder zum Schluss beim Fazit. Oh 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 Das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und zum original YouTube Video von Engine Voice Records findet ihr noch mal in der Beschreibung unten, dann könnt ihr euch das selber nochmal genau anschauen, das nochmal so am Rande. Dann wünsche ich euch jetzt viel viel Spaß beim Download von diesem Mod, auf alle Fälle lasst einen Daumen dafür, Voice Engine Records 2, das ist wirklich ein sehr sehr gut gewordener Mod und ja, lasst einen Daumen da, damit ihr seht, dass gut ankommt. Und in diesem Sinn, macht's gut, allzeit gute Fahrt und bis bald, ciao.